Wenn Du mich wirklich liebst, dann tust Du es. Am 19. März 1985 wird die 23-jährige Linda Brown leblos in ihrem Bett aufgefunden. Ihre Brust weist zwei Schusswunden auf. Die Ermittler machen in dieser Nacht aber noch einen weiteren schrecklichen Fund, dessen Geschichte dahinter eine unfassbare Tragödie aufdeckt. Cinnamon Brown, Lindas 14-jährige Stieftochter, wird zusammengekauert im Garten in einer Hundehütte gefunden. Sie liegt in ihrem eigenen Erbrochenen, ihr Zustand ist besorgniserregend. Neben ihr liegt ein Stück Papier, auf dem steht Bitte, lieber Gott, vergib mir, ich wollte ihr nicht wehtun. Der 33-jährige David Brown steht zitternd und sichtlich unter Schock vor den Polizisten, die er Minuten vorher rief. Er versucht, ihnen stotternd zu erklären, dass seine 23-jährige Frau Linda leblos in ihrem Ehebett liegt. Die Polizisten können daraufhin nur noch Lindas Tod feststellen. Sie starb durch zwei Schüsse in ihre Brust. Aber was passierte in dieser Nacht? Die Familie lebt zu fünft in dem Haus in Garden Grave, Kalifornien. David und Linda haben ein sieben Monate altes Baby. Davids 14-jährige Tochter Cinnamon, aus einer früheren Ehe, lebt zur Zeit auch bei ihm. Lindas 17-jährige Schwester Patty lebt ebenfalls bei den Browns. David erklärt den Polizisten, dass er das Haus deshalb für ein, zwei Stunden verließ, weil Cinnamon und ihre Stiefmutter Linda mal wieder einen lautstarken Streit hatten und er es einfach nicht mehr hören wollte. Er brauchte eine Auszeit und wollte ein bisschen durch die Gegend fahren. Er gibt an, dass es zwischen Linda und Cinnamon in letzter Zeit öfter krachen würde. Als er von seinem kleinen Ausflug zurückkommt, soll Patty ihm weinend und völlig aufgelöst berichtet haben, dass Linda ermordet wurde. Patty sagt ihm wohl auch, dass sie Cinnamon dabei beobachtete, wie sie durchs Gartentor flüchtete. David sagt, er hatte Angst, das Schlafzimmer alleine zu betreten, also wählte er sofort den Notruf. Linda wird vom Rettungsdienst mitgenommen, aber leider kommt jede Hilfe zu spät. Nun ist es an den Ermittlern, Cinnamon zu finden. Gegen sieben Uhr morgens entdeckt ein Polizist im Garten bei der Spurensuche die Hundehütten. Er kniet nieder, weil er einen kleinen Welpen hört. Beim Blick in das Hundehäuschen sieht er die zusammengekauerte Cinnamon, die immer wieder ihr Bewusstsein verliert. Sie liegt in der Hütte in ihrem eigenen Erbrochenen. Neben ihr die erwähnte Notiz auf einem Zettel, die darauf schließen lässt, dass Cinnamon diese Tat tatsächlich beging. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht, wo sie für drei Tage behandelt werden muss. Es stellt sich heraus, dass sie vor der Tat eine erschreckend große Menge an Pillen schluckte. Es grenzt an ein Wunder, dass sie noch am Leben ist. Die Ärzte erklären, dass sie diese Menge niemals überlebt hätte, hätte sie sich nicht übergeben und damit einen Großteil der Pillen wieder rausbekommen. Wir werden später darauf eingehen, weshalb sie die Überdosis zu sich nahm. Nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, folgt die Festnahme und ihr Geständnis. Cinnamon sagt aus, dass ihre Stiefmutter Linda immer sehr böse zu ihr gewesen sei. An diesem Abend wäre das Ganze eskaliert und Linda hätte damit gedroht, Cinnamon umzubringen, wenn sie nicht von zu Hause abhauen würde. Cinnamon beteuert, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste. Aus Angst ergriff sie die Waffe und zielte zweimal auf die schlafende Stiefmutter. Sie wird zu 27 Jahren Haft verurteilt. Die ersten Jahre davon verbringt sie aufgrund ihres Alters in einem Jugendgefängnis. Für die restlichen Jahre soll sie dann verlegt werden. Zwei Jahre später soll sich das Ganze erschreckend wenden und ist an Skrupellosigkeit nicht mehr zu übertreffen. Cinnamon bekommt innerhalb dieser zwei Jahre zwar Besuch, aber nur von ihren Großeltern. Ihr Vater lässt sich nicht bei ihr blicken. Was sie nicht versteht, denn sie sagt, das war ganz anders abgesprochen. Als sie Telefonate frei hatte, rief sie zu Hause an, wurde aber jedes Mal von Patty vertröstet. Die behauptete, David könne gerade nicht ans Telefon kommen. Cinnamon fühlt sich immer mehr von ihrem Vater alleingelassen und sie versteht die Welt nicht mehr. Dazu kommt, dass ihre Großeltern ihr erklären, dass David mittlerweile mit Patty verheiratet sei und die beiden in einem ziemlich luxuriösen Haus leben würden. Patty sei sogar schwanger von David. Zur Erinnerung, Patty ist Davids viel zu junge Schwägerin eigentlich. Nun ist sie mittlerweile seine sechste Ehefrau. So kommt es, dass Cinnamon langsam aber sicher versteht, was vor sich geht. Jetzt, ein paar Jahre später, kann sie die Puzzleteile besser zusammensetzen. Nun ist es an der Zeit, sagt sie, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie macht eine neue Aussage. Laut ihr beginnt alles im Jahr 84, also ein Jahr vor der Tat. Cinnamon ertappt ihren Vater und Patty beim Küssen. Patty ist zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Schon bald beginnen die beiden auf Cinnamon einzureden. David hat einen widerlichen Plan und braucht dafür einen Sündenbock. Und nicht nur das. Am Ende stellt sich heraus, dass seine Absichten noch viel skrupelloser und böser waren, als zu diesem Zeitpunkt angenommen. Jedenfalls quatscht er Cinnamon immer öfter damit voll, dass seine Frau Linda ihn angeblich umbringen will, um das gut laufende Geschäft zu übernehmen. Man muss dazu sagen, dass David ein sehr erfolgreicher Informatiker ist. Cinnamon ist noch viel zu jung und naiv, um ihren Vater zu hinterfragen. Trotz allem bittet sie ihn darum, sich einfach von Linda scheiden zu lassen, wenn sie denn tatsächlich so böse Absichten hätte. David beteuert aber mit einem Schwur, dass es keine andere Möglichkeit gäbe, als Linda zu beseitigen. Er fleht Cinnamon wochenlang an, ihm zu helfen. Das Mädchen wird extrem von ihm bearbeitet und manipuliert. David droht damit, dass er das Haus verlassen müsse und es dann keine Familie mehr für die Mädels gäbe, wenn sie Linda am Leben lassen würde. Seine abschließenden Worte sind, würdest du mich wirklich lieben, dann würdest du das für mich tun. Er erklärt Cinnamon, dass er es nicht selbst tun kann, sonst müsse er lebenslang ins Gefängnis. Er sagt seiner Tochter, dass sie das bedenkenlos tun könnte, weil sie aufgrund ihres Alters nicht strafmündig wäre und somit nie ins Gefängnis müsse, wohl wissend, dass das Blödsinn ist. Er wusste, was er da tut. David wollte nicht nur seine Frau loswerden, um sich mit der minderjährigen Patty zu vergnügen, er wollte auch ganz klar seine Tochter Cinnamon loswerden und einfach ein neues Leben starten. Wochen vor der Tat bringt er seiner Tochter das Schießen bei, damit sein Plan auch wirklich nicht schief geht. Cinnamon ist die ganze Zeit über sehr verunsichert. Von ihrem Vater unter Druck gesetzt, lässt sie sich dazu überreden, hat aber eine extreme Angst davor. Das arme Mädchen war am Ende dann tatsächlich der Meinung, dass es für ihren Vater keinen anderen Ausweg gibt. Sie funktionierte wie eine Marionette. Laut Cinnamon wurde sie in der Tatnacht von David aufgeweckt, mit den Worten Heute muss es passieren. Sie steht auf und wird von ihm in die Küche geführt, wo er ihr ein Glas Wasser und eine unfassbare Menge an Schmerztabletten reicht. Er behauptet, dass sie das Ganze aussehen lassen müsste, als würde sie sich selbst nach der Tat an Linda das Leben nehmen. Das wäre glaubwürdiger. Sie soll sich entscheiden, entweder sie schluckt die Tabletten oder sie schießt sich selbst in den Kopf, soll die Kugel aber nur an ihrer Stirn streifen lassen. Klar, das 14-jährige Mädchen soll eine Kugel selbst auslösen und dann auch noch den perfekten Winkel finden, damit es nur eine Streifwunde wird. Ich gebe mir wirklich Mühe, so neutral wie möglich zu bleiben, was mir nicht immer leicht fällt, aber schreibt mir mal eure Gedanken zu David in die Kommentare. Zu stark verängstigt und unsicher darüber, wie sie zustande bringen soll, sich selbst nur leicht mit der Waffe zu verletzen, entscheidet sie sich gegen diese Option und wählt die Tabletten. David wusste, dass sie das theoretisch nicht überleben würde. Er wusste auch, dass Cinnamon den Plan schon vollbracht hat, bis die Wirkung der Tabletten dann eintritt. Er verlässt das Haus und sagt ihr, dass er sich auf sie verlässt. Cinnamon nimmt die Waffe und betritt das Schlafzimmer, wo Linda tief schläft. Sie packt sich ein Kissen und hält die Waffe dagegen, damit der Schuss nicht so laut zu hören ist, so wie es ihr Vater befohlen hat. Sie zielt auf Linda, schließt ihre Augen ganz fest und drückt ab. Linda schreit auf vor Schmerz, dadurch wird das Baby wach und fängt ebenfalls fürchterlich an zu weinen. Die Situation spitzt sich zu und Cinnamon steht zitternd vor dem Bett. Sie muss es zu Ende bringen. Ihr Vater würde bald zurück sein. Das Baby schreit und der Druck wächst. Cinnamon hetzt zu Patty nach unten und sagt ihr, dass es noch nicht geklappt hat. Linda sei noch am Leben. Patty geht mit ihr zusammen hoch und sie drücken noch einmal ab. Dann ist es erledigt. Cinnamon kann sich nur noch daran erinnern, dass ihr ganz übel wurde und schwindelig. Sie macht sich auf den Weg, um sich ihre Notiz zu schnappen. Mit dieser soll sie ja abhauen. Diese Notiz soll quasi ihr Abschiedsbrief sein, damit die Geschichte passt. Sie schafft es nur noch in den Garten. Sie zwängt sich in die Hundehütte und wird immer wieder bewusstlos. Dann übergibt sie sich pausenlos und verliert die Kontrolle über ihren Körper, was ihr am Ende das Leben rettete. Davids Plan ist also nicht fertig ausgeführt. Als Cinnamon festgenommen wird, verspricht er ihr, dass er sie besuchen und da rausholen wird. David und Patty trauern aber nicht allzu lang um sie. Im Gegenteil, sie lassen es sich richtig gut gehen. Von Cinnamon wollen sie gar nichts mehr wissen. Sie erhalten ca. 850.000 Dollar aus Lindas Lebensversicherung, die nebenbei erwähnt, nur Monate vor ihrem Tod eingerichtet wurde. Von David. Ob tot oder lebendig, Cinnamon sind sie nun auch los und sie starten ihr gemeinsames Leben in einem tollen neuen Haus. Cinnamons neue Aussage führt dazu, dass David vernommen werden soll. Die Staatsanwaltschaft will das aber klug anstellen. So bekommen sie David unter einem Vorwand dazu, Cinnamon zu besuchen. Das Gespräch der beiden wird aufgezeichnet, natürlich ohne Davids Wissen. Sie wollen versuchen, ein Geständnis oder ähnliches dadurch zu bekommen. Cinnamon fragt ihren Vater beim Gespräch, warum er sie alleine ließ und nicht wie abgesprochen dafür kämpfte, sie rauszuholen. Sie fragt ihn, warum sie im Gefängnis sitzen muss, obwohl er ihr versicherte, dass sie nicht verurteilt werden kann für die Tat. Sie stellt ihm explizite Fragen, was gut funktioniert. Die Staatsanwaltschaft hat ihren Beweis, dass Cinnamons zweite Aussage der Wahrheit entspricht. Es wird ein Ermittlungsverfahren gegen David eingeleitet, aber damit soll das Ganze noch kein Ende finden. Zumindest Patty legt ein Geständnis ab, als sie erneut vernommen wird. Sie erzählt den Ermittlern, was wirklich in dieser Nacht geschah. Ihre Story stimmt mit Cinnamons Aussage überein. David will das Ganze aber noch nicht aufgeben. Jetzt lebt er doch endlich sein Leben in Ruhe, hat Geld ohne Ende und soll nun ins Gefängnis? Nö, nicht mit ihm. Solange das Verfahren läuft und die Ermittler Beweise sammeln, kann er doch noch was reißen, denkt er. So engagiert er kurzerhand einen Auftragsmörder. Für wen, fragt ihr euch? Naja, David muss bis zu seiner Verhandlung die Zeugen loswerden, damit ihre Aussage nicht mehr stattfinden kann. Patty ist eine davon. Und wenn das schon in Auftrag gegeben ist, kann man doch kurzerhand auch direkt mal den Staatsanwalt umlegen lassen. Der nervt nämlich mit seiner Recherche. Er findet jemanden, der sich dazu bereit erklärt und bezahlt ihn im Voraus mit ca. 20.000 Dollar. Was David nicht weiß. Der Mann arbeitet fest mit den Ermittlern zusammen. Alle Gespräche und Treffen werden aufgezeichnet. Als ihm diese Aufnahmen gezeigt werden, weiß er wohl, dass nun alles zu spät ist. Jedenfalls muss er sich nun vor Gericht alle Zeugenaussagen anhören, was er relativ emotionslos über sich ergehen lässt. Nur bei den Aussagen der Mädels schüttelt David enttäuscht den Kopf und schaut ihn dabei in die Augen. Wieder so ein manipulativer Moment, um ihm ein schlechtes Gewissen zu machen. Denn, wie sagte David so gerne zu seiner Tochter, wenn du mich wirklich liebst, dann tust du das für mich. Bei Cinnamon wirkt das Ganze noch etwas. Sie sagt später, dass er immer noch ihr Vater sei und sie ihn lieben würde. Gleichzeitig schämt sie sich für sein Verhalten. David wird im Jahr 89 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Patty wird zu vier Jahren Haft in einer Jugendeinrichtung verurteilt. Cinnamon darf mit 21 Jahren nach sieben Jahren Haft das Gefängnis verlassen. Sie macht einen Abschluss an der Kunstschule und gründet ihre eigene Familie. Sie hält sich aus der Öffentlichkeit raus und ist dankbar für ein ruhiges Leben. 2014 stirbt David im Alter von 61 Jahren im Gefängnis. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020